So Leute, heute schauen wir uns den perfekten Bevel an und zwar ungebacken, ein Infinity Bevel. Das hier ist aber erstmal die gebackene Variante und da will ich euch ein Problem zeigen. Gebacken ist natürlich super für Game Engine und so weiter, aber das was wir machen wird auch in einer Game Engine funktionieren. Das lasst euch vorher gesagt sein. Wir haben hier so ein bisschen Artefaktbildung, das kommt halt vom Backen, das ist ein bisschen ungünstig. Das sind halt Sachen, die beim Backen entstehen können und die Kanten sind nicht ganz optimal, wenn wir da reinschauen. Das wird auch ein bisschen verstärkt, dadurch, dass wir über 90 Grad hier backen. Aber es ist ganz einfach auch dem geschuldet, dass die Auflösung nicht ausreicht. Warum reicht die nicht aus bei einer 4K Textur? Weil hier einfach ein Haufen Streben drin sind und das muss auf eine 4K Textur verteilt werden. Und das kommt eben ganz oft dazu, wenn man auch zum Beispiel einen großen Schrank hat mit ein paar Bevelecken einfach, dass die nicht durchkommen. Schauen wir uns das mal hier an im Gebackenen, wie das aussieht. Das ist hier die Textur abgewickelt mit einem vernünftigen Margin. Also ich habe das mal durchgerechnet vorher auf dem Papier und da habe ich jetzt mit 24 Streben gerechnet. Ich weiß gar nicht, wie viele das hier sind. Aber wenn ich das dann ausrechne mit einem bestimmten Verhältnis von Seite zu Oberkante und so weiter, komme ich dann nachher im Endeffekt auf einen Bevel-Bereich von 8 Pixel bei einer 4K Textur. Und das war der absolute Idealfall. Der Idealfall würde auch sagen, dass ich hier zumindest die ganze Länge ausnutzen kann. Kann ich aber nicht, weil ich muss das Seitenverhältnis immer einhalten von den Flächen. Ich will es nicht zu kompliziert machen. Schauen wir deswegen hier einfach mal rein. Denn hier bleiben am Ende gerade mal, ich weiß gar nicht, sind das, lass es 4 Pixel sein. Das ist das, was überbleibt, wenn wir das backen. Also hier ganz kurz nochmal gezeigt, das ist quasi das gebackene Objekt und das hier ist das entsprechende High-Poly-Objekt. Nicht, dass ihr denkt, ich will euch hier pflanzen. Also das ist wirklich das High-Poly-Objekt und das ist auf das Low-Poly-Objekt draufgebacken und geschadet. Sieht das nachher eben. Wenn man die vernünftige Ansicht haben, so aus. Okay. Das Problem ist ja einfach, bei solchen Sachen und bei vielen anderen Projekten ist dann nachher einfach die Auflösung nicht groß genug. Und wenn man so etwas Einfaches hat, dann kann man eben auch etwas anderes machen. Und zwar können wir das übers, ja, ich nenne das Shaded, also die geschadete Version. Und wenn wir hier reinschauen, haben wir quasi ein Infinity-Bevel, wenn man so will. Und der braucht quasi kaum extra Geometrie. Das ist das, was ich euch zeigen will. Und wie gesagt, es funktioniert auch in Engines, in Game-Engines zum Beispiel oder beim Backen. Ganz egal. Ist hier auch nicht perfekt, liegt aber daran, dass es hier auch bloß wieder 90 Grad sind. Schauen wir da mal rein. Vorher müssen wir es anwählen. Vielleicht wird es ein bisschen klarer hier. Das ist das, wie es aussieht. Upsala. So, mal sehen, dass ich es hier. Ein bisschen schwierig zu steuern hier, wenn man so große Geometrie hat. Okay, ich zeige euch das, wie das Ganze funktioniert und wie ihr da rangehen müsst. Aber ich finde das auf jeden Fall richtig cool. Ich zeige euch das nachher noch, wie das in den Engines aussieht. Gehen wir hier mal auf Shaded 2. Ich habe da was vorbereitet. Und muss hier bloß nochmal gerade ein neues Material vergeben. Und da mache ich Metallic hoch. Also Shade Smooth hier nochmal. So, zack. Okay, auf geht's. Jetzt mache ich da mit Ctrl-R einen Loop Cut rein. Und jetzt kann ich das Ding nach oben schieben. Den Bevel quasi. Und schon ist der Bevel fertig. Ich kann das nach unten dann noch ein bisschen stützen. Zum Beispiel. Wie beim Subdivision quasi. Modifier. So, hier kann ich einen Loop Cut in die Mitte machen. Und kann den nachher einmal zum Beispiel beveln. Und kann dadurch nochmal das so ein bisschen mehr definieren. Und jetzt habe ich das quasi schön. Wenn das hier so ein bisschen komisch aussieht. Das Shading. Dann liegt das daran, dass das Verhältnis von Höhe und Breite zu krass ist. Dann gehe ich rein. Und könnte da jetzt hier wieder einen Cut in die Mitte machen. Und den Bevel ich, damit er quasi gleichmäßig nach außen geht. Schaut, was das für einen coolen Effekt gibt. So zum Beispiel. Und jetzt habe ich das perfekt unendlich gebevelt. Dann kann ich rein zoomen, bis ich blöd wäre. Natürlich, wenn ich von der Seite reinschaue. Dann sehe ich das eventuell. Wenn ich hier so rein lunzen kann. Weil die Geometrie ist natürlich immer noch auf 90 Grad. Aber nicht im Shading. Und deswegen sehen wir das relativ schwierig. Da müssen wir ganz weit zur Seite gehen. So, wie machen wir das hier in der Außenkante. Nur, dass wir mal wissen, dass das nicht nur mit Cuts geht. Gehen wir da mal rein. Machen hier wieder einen Cut nach oben. Einen Cut nach unten ein bisschen stärker. Und dann hier einmal die Flächen selektieren. Mit Alt. Diesen ganzen oberen Loop. Und dann sagen wir wieder I. Und hier jetzt mit der Shift-Taste vielleicht. Das so ein bisschen machen. Und das gleiche gilt auch hier für die Ecken. Dafür, also machen wir erstmal hier einen Beweis. Passt. Bloß die Ecke ist ein bisschen hart. Machen wir da einen Cut rein. Und den führen wir dann hier zur Spitze. Und definieren das dort. Gleiches auf der Seite. Und so. So, hier der ist ein bisschen GG. Mal hier Sliden. So. Okay. Und schon ist das Ding fertig. Und das funktioniert, wie gesagt, auch in Marmos Head, in Unreal. Hier machen wir mal Unreal rein. Upsala. Na, diese Steuerung immer. So. So. Machen wir es ein bisschen größer für euch. Upsala, jetzt ist er weg. So, die Steuerung bei Unreal ist immer noch nicht ganz was für mich. Hier ist genau dasselbe gemacht. Hier habe ich jetzt dieses Mesh importiert. Und wir sehen, dass das hier funktioniert. Also, dass das quasi rund aussieht. Es ist kein Fehler generell, das Mesh trotzdem abzuwickeln. Einfach nur, weil angeblich, also ich bin ja jetzt nicht so drin in Unreal, aber es wird wohl angeblich für die Schattenbildung und so weiter in der Engine eine Abwicklung gebraucht. Also kann man es natürlich auch abwickeln. Aber hier, das ist wirklich, wenn man hier so diese Steuerung immer in Unreal, das ist wirklich hier perfektes Lighting quasi durch diesen unendlichen Bevel. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Man kann es natürlich nicht so für Gittersachen nehmen, sondern man kann es auch für Schränke nehmen oder für andere Sachen. Hauptsächlich für diese harten Geschichten, wo man eine gute Struktur hat in der Geometrie und dort eben auch noch Loop Cut setzen kann. Selbstverständlich. Und da funktioniert das echt gut. Ihr kennt ja das Beispiel von einem, kann man ja gerade machen, von einem Cube. Und dann sagt ihr Shades Move. Und der schaut halt dann immer so komisch aus. Ist nur, weil er eigentlich das Shading jetzt hier von einer Kugel hat. Und hier kann man genau dasselbe machen. Wir könnten hier, nehmen wir mal alle Flächen und sagen hier I. Ich hoffe, das funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Dann sagen wir ganz einfach, wir beveln das einmal so über drei Segmente. Zack und gehen hier ins Profiling rein und sagen, wir wollen das auf Shape 1 haben. Und jetzt ist das quasi 90 Grad, also wie so eine gestützte Geometrie. Und jetzt haben wir hier einen Bevel, der nur theoretisch da ist, ganz klar. Das hier ist ein bisschen, machen wir das nochmal und vielleicht ein bisschen weniger. Wer würde jetzt hier darauf kommen, dass das nur Shading Effekt ist. Okay, also das funktioniert für urviele Sachen. Das wollte ich euch bloß mitgeben. Den Tipp, dass man nicht immer alles backen muss, sondern mit den Sachen, die einem als Problem erscheinen, kann man eben auch arbeiten, um was cooles zu machen. Gut, das war es mal dazu. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.